Herzlich Willkommen zur Rateshow bei Pörl TV. Spannung, Spiel, Spaß und Shoppen zu absoluten Extrakonditionen. Das zeichnet die Rateshow aus, liebe Zuschauer. Und ich heiße Sie auch an dieser Stelle von meiner Seite recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben uns auch für diese Ausgabe wieder einen ganz besonderen Artikel aus unserem umfangreichen Sortiment für Sie herausgesucht. Und genau diesen Artikel sollen Sie zu Hause erraten. Noch befindet sich der geheime gesuchte Artikel, den wir heute von Ihnen erraten lassen möchten. Natürlich noch, wie immer, in dieser Kugel. Ich werde Ihnen gleich im Anschluss insgesamt zehn Hinweise nacheinander auf den geheimen gesuchten Artikel mit auf den Weg geben. Und Sie zu Hause können gerne mitraten und schauen, ob Sie dem Rätsel denn etwas näher kommen. Selbstverständlich genießen Sie im Anschluss an unsere Show auch die Möglichkeit, genau diesen Artikel zu Rateshow Sonderkonditionen zu bestellen. Sie sind bereit? Sie möchten gerne mitmachen? Sie sind neugierig und verspüren dieses Krimmeln im Bauch? Dann raten Sie mit. Hier kommt Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer eins auf das geheime gesuchte Produkt verrät Ihnen. Wir haben ein beleuchtetes LCD-Display. Das kann zugegebenermaßen eine ganze Menge sein. Deswegen schiebe ich gleich Hinweis Nummer zwei hinterher. Der gesuchte Artikel ist akkubetrieben. Ja, haben Sie gedacht, es wird leicht? Hinweis Nummer drei verrät Ihnen. Wir haben eine kinderleichte Bedienung. Das bringt Sie auch nicht wirklich weiter. Hinweis Nummer vier verrät Ihnen. Der gesuchte Artikel wird mit einer wasserabweisenden Nylontasche geliefert. Hinweis Nummer sechs wird Sie wahrscheinlich sehr verwirren. Der gesuchte Artikel hat eine integrierte Taschenlampe. Haben Sie schon irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung, um was es gehen könnte? Ja? Nein? Wir werden sehen. Vielleicht bringt Sie Hinweis Nummer sechs etwas weiter. Er sorgt für mehr Sicherheit, wenn Sie unterwegs sind. Hinweis Nummer sieben auf das geheime gesuchte Produkt verrät Ihnen. Er wird geliefert inklusive drei verschiedener Adapter. Hinweis Nummer acht verrät Ihnen. Es gibt eine Anzeige in PSI, in Bar, in Kilopascal oder in Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das wird wahrscheinlich viele jetzt komplett aus der Bahn geworfen haben. Vielleicht bringt Sie Hinweis Nummer neun zurück in die Spur. Wir sprechen von sieben Bar maximalem Druck. Spreitestens Hinweis Nummer zehn dürfte das Rätsel wahrscheinlich lösen. Wir versuchen es mal. Den gesuchten Artikel nutzen Sie für das Fahrrad, aber auch für das Motorrad oder auch das Auto. Ja, das waren viele interessante Artikel. Ich möchte wetten, einige von Ihnen werden wahrscheinlich zumindest in die richtige Richtung geraten haben. Andere tappen noch völlig im Dunkeln. Deswegen möchten Sie gerne wissen, ob Sie recht hatten oder um was um alles in der Welt es sich hier handelt. Bei unserer Rateshow. Hier kommt das geheime gesuchte Produkt. Ich glaube, die Anzeige mit Kilogramm pro Quadratzentimeter PSI und dergleichen wird wahrscheinlich den einen oder anderen genau in die richtige Richtung gebracht haben. Vielleicht ist auch der eine oder andere ausgestiegen bei dieser Art von Hinweis. Sei es drum, Sie werden wahrscheinlich mitgeraten haben und möchten wissen, um was es geht. Es geht nun um diese kompakte Kompressor-Luftpumpe und die ist einfach ideal, wenn Sie ein Fahrrad zu Hause haben. Sie können jederzeit ganz einfach mal per Knopfdruck den Reifendruck an Ihrem Fahrrad nicht nur kontrollieren, sondern ganz einfach auch auf ein Optimum bringen. Und das funktioniert natürlich nicht nur beim Fahrrad, das funktioniert eben auch mit einem Autoreifen oder auch mal mit einem Motorradreifen. Auch kleines Klinderspielzeug, zum Beispiel mal einen Ball, ein paar Schwimmflügelchen oder so einen kleinen Schwimmreifen können Sie ohne weiteres damit per Knopfdruck aufpumpen. Selbstverständlich ist dieser Artikel nicht nur für zu Hause, sondern speziell auch für unterwegs. Genau das, was man in puncto Sicherheit immer dabei haben möchte. Denn wenn Sie keine Luft im Reifen haben, fahren Sie wahrscheinlich mit Ihrem Fahrgerät keinen einzigen Meter mehr. Damit können Sie das Risiko deutlich minimieren. Sollte mal was passieren, haben Sie hier per Knopfdruck jederzeit den richtigen Reifendruck. Im Fahrrad, im Auto oder gerne auch im Motorrad. Das muss nicht gleich ein Vermögen kosten. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie hier im Anschluss an unsere Show selbstverständlich einen Rateshow-Sonderpreis genießen. Und den bekommen Sie auch. Wir sprechen von gerade mal 45 Euro und 55 Cent für unsere kompakte Kompressorluftpumpe, die Sie jetzt bestellen können. Unter der Bestellnummer NX7937 und der 569. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe der Rateshow.